viel Spaß auf der Bühne Vielen Dank, ich freue mich außerordentlich, dass ich hier etwas vortragen darf. Es kommt so ein bisschen aus meiner Arbeitserfahrung, die in vielen Hinsichten nicht ganz so weit entfernt ist von Ihrer. Das erkläre ich gleich, warum das so ist. Und ich würde aber gerne noch zwei, drei Vorbemerkungen machen, sehr kurze. Das eine, das was Sie hier sehen, ist im Verhältnis, weil ich PowerPoint nun wirklich absolut nicht abkann, ist das hier sehr dreschig. Die Gegenstände, die ich zeigen werde, die auch, was mir hier auffällt, ist die Ethik des Verschweigens der Übeltäter. Wird ja oft gesagt, so kann man es gar nicht machen, aber wenn man dann guckt, wer ist es eigentlich, dann weiß man eigentlich gar nicht, wer gemeint ist. Also ich werde schon sagen, wer was nicht meines Erachtens richtig macht. Und die Abbildungen sind dann auch ein bisschen dreschig, das werden Sie sehen, die habe ich eigentlich so mit einem kleinen Foto gemacht. Aber Sie werden erkennen, worauf es mir ankommt. Der zweite Punkt ist, ich komme natürlich aus einer ganz spezialisierten Ecke. Das heißt, bei uns ging es eigentlich um die sinnfällige Erschließung relativ komplexer Handschriftenzusammenhänge. Also nicht so, wie wir vorhin gesehen haben, ist es jetzt witzig, dass mein Vorredner nun ausgerechnet mit der Verwandlung angefangen hat. Davon gibt es auch ein Manuskript, da hätten Sie das so nicht machen können. Dann hätte es nämlich nicht mehr gestimmt. So viel vielleicht zum Thema, das lässt sich alles so weit übertragen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, mal abgesehen von der Frage der Langzeitarchivierung. Mein Problem ist, wir machen, ich habe seit 1988 eine historisch-kritische Gleiseausgabe mit 20 Bänden gemacht, die hält noch die nächsten 300 Jahre. Und ich mache seit 1995 eine historisch-kritische Kafka-Ausgabe und die hält auch noch die nächsten 300 Jahre. Und ich muss mich nicht darum kümmern, wer es umkopiert. Diese Frage hat mich immer schon beschäftigt, führt auch zu einer Politisierung, weil unsere großen Forschungsfördergemeinschaften, FVF oder DFG in Deutschland, ganz anderer Meinung sind und es eigentlich besser wissen, als die Leute, die Sachen exekutieren. Ich bin nicht der Hirsch und hänge 20 Jahre meines Lebens in der Arbeit, wo mir nicht mal garantiert sein kann, dass sie dann noch 30 Jahre später verfügbar ist. Das können die Leute machen, die sich von sowas erpressen lassen. Ich eigentlich nicht. Begonnen hat das Ganze zu einem Zeitpunkt, als ich begriffen habe, und das hat viel mit der Tradition unserer Ausgaben zu tun, die immer facsimile Editionen sind. Das heißt, es geht eigentlich ganz stark um die Frage der Verifikation der Entzifferung und der Verifikation auch der chronologischen Entzerrung dessen, was auf so einer Anschrift draufsteht. Ich habe ganz früh begriffen, nämlich 1990, dass ich das mehr oder weniger alleine machen muss, weil die Sachen, die ich aus der Setzerei in Fulda zurückbekam, immer einen ganz bestimmten Modus der Korrektur hatten. Man hat auf jeder Seite der Transkription 30 Fehler korrigiert. Davon sind 15 richtig korrigiert worden von der Druckerei. 15 sind unkorrigiert zurückgeschickt worden und 15 neue waren drin, sodass ich wusste, okay, ich muss das irgendwie selber machen. Ich bin nicht ganz Laie. Diese Kleist-Ausgabe, von der ich spreche, und auch die Kafka-Ausgabe, von der Sie hier jetzt mal eine Reproduktion der Seite sehen, sind von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet worden. Ich hatte gute Ratgeber, 1991 habe ich Erik Spiekermann kennengelernt, der sich extrem für Kleist interessierte. Wir haben viel über Typografie, gerade mit Bezug auf Kleist gesprochen. Und wenn Sie nachher die Transkription der Kafka-Ausgabe sehen, werden Sie sehen das in der Meta, aber nicht in der Meta, die Sie kaufen können, sondern wir haben ein anderes G, weil ich mochte dieses G nicht. Dieses G hat uns Erik Spiekermann gestiftet. Sie wissen, wenn Sie mal beim Meta-Design waren, der hat eh nichts selber gemacht. So hat es dann immer den, der den Maiola gemacht hat, der arme Keil, der musste das dann machen für uns. Aber wir haben jetzt dieses andere G und dadurch können Sie es auch gleich erkennen. Der eigentlich jetzt zunächst mal wichtige Punkt ist, die meisten Ausführungen, die ich jetzt kritisch tun werde, richten sich auf die Mikrotypografie. Das hat bestimmte Gründe, weil bei den Faximile-Ausgaben, die seit 1975 bei Strömfeld-Roter Stern in Frankfurt erschienen sind, war von Anfang an klar, dass der Editor gleichzeitig der Setzer ist. D.E. Sattler, der die Hölderlin-Ausgabe gemacht hat, hat die noch auf dem IBM-Composer gemacht. Das heißt Arbeitsspeicher, eine DIN-A4-Seite. Ja, und mit der Univers, ja. Das war sozusagen State of... Wie bitte? Ja, 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 ja. Aber eben Arbeitsspeicher, eine Seite. Ja, eine, eine Seite. Und der, damit war makrotypografisch eigentlich im Prinzip schon so was wie eine Formatfrage vorgeklärt, weil wenn Sie die Handschriften eins zu eins wiedergeben wollen, dann haben Sie sozusagen schon ein Minimalformat durch die Größe der abzubildenden Handschrift vorgegeben. D.h. die Ausgaben sind tatsächlich relativ groß, aber komfortabel, weil unsere Meinung war, dass Sie den Gegenstand am besten dann studieren können und das hängt mit unserer Archivarbeit zusammen, wenn Sie den Gegenstand eins zu eins vor sich haben. dann können Sie es eigentlich am besten entziffern. Viele meinen, wenn man es aufblasen kann, vergrößern kann, kann man es besser entziffern. Das ist nicht wirklich wahr in der Praxis. In der Praxis ist es am besten, wenn Sie das in genau derselben Größe haben, wie der Gegenstand halt auch ist. Also geht es hier dann im Wesentlichen, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt in der Mikrotypografie, um die Genauigkeit von Befunden. Und das heißt, die Konfrontation des abgebildeten Gegenstandes und der Transkription enthält nicht nur Informationen über die Frage, was steht da, sondern auch, was ist später und was ist früher. Ich habe diese Seite hier gewählt, weil viele von Ihnen wissen das nicht, das ist eine der Eröffnungsseiten zum Schloss von Kafka, das ist letztes Jahr rausgekommen. Und hier haben Sie jetzt eine Transkription vorliegen. Und ich möchte Sie nur hier unten auf sowas kurz hinweisen. Das ist der große Vorteil gegenüber einer PowerPoint-Präsentation, dass ich das einfach sofort aufblasen kann. Ich kann es auch wieder zumachen, ich kann es vergrößern, muss nicht extra noch eine Folie dafür herstellen. Sie sehen hier ganz unten was ganz Typisches für dieses Manuskript. Das nämlich Kafka zu einem sehr späten Zeitpunkt entschieden hat, dass er die Geschichte, die ursprünglich in der Ich-Perspektive formuliert war, in eine Er-Perspektive transformiert. Und zwar nicht so, wie Sie das jetzt vielleicht denken, dass er dann auch noch Perspektiven geändert hätte, sondern er hat im Prinzip nur die Personalpronomen, die Possessivpronomen und so weiter ausgetauscht. Das hat einen total irritierenden Effekt, wenn Sie es lesen. Das gehört zur Kafka-Erfahrung genau dazu. Sie lesen das in der dritten Person, aber alles, was passiert, ist sozusagen aus der Perspektive der ersten Person. Das hat viel mit der Vaterfigur zu tun, weil der Vater sozusagen dieses eigentümlich die Kontrolle habende Subjekt ist. Wenn Sie aber gar nicht mehr so genau wissen, wem können Sie das eigentlich zuordnen, was hier gesagt wird, dann betreten Sie diesen schwankenden Boden, von dem Kafka mal gesagt hat, das ist so wie Seekrankheit auf flachem Land. Das gehört wieder zu. Und Sie können jetzt erkennen, wer das erzeugt. Und Sie können das erkennen, wenn Sie sozusagen auf diese Transkription gucken, weil dann sehen Sie etwa, dass eine der mikrotypographischen Sachen, die hier zu berücksichtigen sind, das ist, dass alles, was später gemacht worden ist, also in einem Redaktionszusammenhang, keine Sofortänderung ist, die es hier auch auf der Seite gibt, dass diese Sachen alle fett ausgezeichnet sind. Das heißt, die Transkription enthält nicht nur eine standgenaue Markierung, wo in welcher Zeile was steht, sondern gleichzeitig gibt es Ihnen auch noch chronologische Hilfestellung, damit Sie besser verstehen können, was Kafka gemacht hat, als er den Text nochmal überarbeitet hat. Er hat den Text relativ schnell runtergeschrieben und das Verrückte ist, eben so circa ab Seite 50 hat er entschieden, jetzt ändert er die Personalpronomen alle rückwirkend und ab Seite 50 hat er sie schon in der Grundschicht so anders geschrieben. Das heißt auch, dass das eine Planung ist. Weil sonst könnte man das so nicht machen und wenn Sie in Ihre, wie ich sagen würde, uninformierten Kafka-Ausgaben reinschauen, dann werden Sie nur nicht mal den Punkt sehen, an dem er das geändert hat. Das ist ein sehr starkes Zeichen. Sie wollen gleich was fragen? Ja, wir werden interaktiv. Ja, das ist ein anderes textkritisches Zeichen. Es wird definiert in den textkritischen Zeichen. Sachen, die überschrieben werden, stehen kursiv hinter der eckigen Klammer. Wir haben ganz am Anfang, bei Kleist haben wir angefangen und haben nur sozusagen die eckige Klammer verwendet und die Überschreibung hintendran nicht nochmal ausgezeichnet, durch die Kursive. Kursive heißt so drei Buchstaben überschreiben vier. Das ist die Information hier. Das heißt die Kursive. Dass das eine Überschreibung ist, nicht eine Einfügung wie in der Zeile unten drunter. Also was ich damit sagen will, es geht um Genauigkeit. Und jetzt merken Sie auch, und das möchte ich gerne nochmal sagen, also deswegen ist Screen hierfür auch blöd. Weil eigentlich, und das ist ja hier leicht jetzt zu simulieren, eigentlich brauchen wir sowas. Und dann können Sie das studieren. Vorher können Sie es eigentlich nicht studieren. Dann können Sie es nur angucken, können es anstauen. Dann sagen, super, die Meta. Aber ansonsten können Sie damit eigentlich nichts anfangen. Und mit dem können Sie auch nichts anfangen. Warum? Entweder ist der Screen zu klein oder er ist zu groß. Ergo brauchen wir ein Buch. Also das war die erste Vorbemerkung. Sie verstehen, ich habe einen Bias und ich bin immer sehr allergisch, wenn ich so Technophile, also das muss man auch mal sagen, ich bin öfters in der Schweiz und die Alpenvölker, die haben schon einen unglaublich Technowahn. Also noch viel stärker als bei uns. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie so einen Ulbrichtschen Satz, aus dem ich weiß gar nicht, der wievielte Parteitag der SED das war, wo Ulbricht diesen total irren Satz gesagt hat, überholen ohne einzuholen. Das war Programm. Und irgendwie, also gut, der zweite Punkt, der zweite Punkt, jetzt kommt im Text, oder im Titel meist vor, da ist das Wort Ethos vor. Da denkt man immer, okay, es ist schlimm, geht bei Heraklit, fragt mit 119 los. Da kommt auch das Wort Ethos das erste Mal auf. Ethos Anthropodämon, also das Ethos ist der Dämon, was immer das jetzt heißt, Markt des Menschen, dem Menschen zugewandt und so weiter. In dem Sinn meine ich das gar nicht so. Ich meine das so, wie mir das eben immer wieder jedes Jahr einmal, ich weiß, in Österreich gibt es sogar eine Pflicht dazu, aber in Deutschland ist es mehr oder weniger freiwillig. Sie wechseln die Winterreifen. Und sie fahren also in die Werkstatt und dann kommt der Mechaniker und nimmt diese fünf diegenden Schrauben bei mir raus, bei jedem Rad. Und wenn ich weggucke, und einmal habe ich ihn dabei erwischt, dann tunkt er diese Schrauben in Vaseline. Das muss er nicht machen. Und die meisten Automechaniker machen das auch nicht, aber es ist vom Berufsethos her, das heißt, es ist eine Dienstleistung, für die er nicht bezahlt wird, die er aber, weil er materialgerecht arbeiten will, leistet. In dem Sinn meine ich von Ethos jetzt zu sprechen, wenn ich über so Sachen spreche, wie geht man eigentlich mit Text in wissenschaftlichen Ausgaben um. Das heißt, es gibt etwas, woran ich auch gerne appellieren würde, dass sie auch darüber nachdenken, auch Sachen zu machen, für die sie vielleicht nicht gerade bezahlt werden, weil in 100 Jahren wird abgerechnet. Und dann sieht man, okay, der Designer X, der Designer Y und da hat er wieder extrem schlampig und das hat ihn gar nicht mehr interessiert und so weiter und so weiter. Also in dem Sinn meine ich, wenn ich von Ethos spreche. Gleichzeitig, und das möchte ich nochmal sagen, habe ich ein Riesenproblem mit der aktuellen Situation, weil die äußeren Rahmenbedingungen für Forschungszusammenhänge hier bei uns so sind, dass eine ganz bestimmte Vorstellung im Wissenschaftsförderungsapparat herrscht, wie zu edieren sei. Ich finde es völlig anmaßend, weil diese Sache gibt es seit ungefähr 2000 Jahren und sie war immer sozusagen im Kuratorenmodell der Leute, die es ediert haben, weil die Leute, die edieren, wissen am besten, welchem Medium sie das anvertrauen wollen und nicht irgendjemand in der Forschungsabteilung des Ministeriums X, Y und Z, der sozusagen Wahlgeschenke an Studenten verteilt, weil es dann alles Open Access steht und dann haben sie keinen Verlag mehr und so weiter. Außer die großen Verlage, über die ich jetzt gleich vielleicht auch nochmal was sagen kann. Also gibt es aktuell auf unserem Metier Einflussnahmen des Staates und es gibt natürlich, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, auch Kostendruck. Das heißt, es wird suggeriert, man muss es ökonomischer machen. Da komme ich später drauf, wenn ich auf Eriks Neugestaltung der Dickreuterreihen zu sprechen komme. Also skalierbare Ausgaben. Man macht Bücher schon so, dass man eigentlich weiß, okay, das ist gar nicht als Buch gemeint, sondern das ist irgendwie als eine App oder als eine PDF-Datei gemeint. Finde ich völlig hirnrissig, weil es komplett unseren ergonomischen Leseerfahrungen widerspricht. Das ist der Versuch, die Quadratur des Kreises zu beschreiben und ich finde, es ist ziemlich misslungen. Man kann es, glaube ich, auch zeigen. Also, ich fange mal an, um ein Beispiel zu geben, was mich stört und wo ich irgendwie sozusagen gerade dieses Ethos, von dem ich gesprochen habe, eklatant verletzt finde. Und ich habe ja gesagt, also ich nenne schon Namen, ich habe jetzt keine Angst, mit vielen Leuten ärgere ich mich sowieso schon die ganze Zeit rum. Deswegen kommt es ja jetzt auch nicht drauf an. Das heißt, auch der Säulen, heiliger Forsmann, wird auch gleich auftauchen. Hier sehen Sie, das ist eine repräsentative Sache. Zehn Jahre mindestens gab es damals schon Computersatz und es ist ursprünglich diese Ausgaben mal in den 70er, 80er Jahren angelegt worden von relativ guten Buchgestaltern und dann ist sie in den Computersatz überführt worden und dann passieren auf einmal ziemlich verrückte Sachen. Jetzt kommt das, was ich mit Trashig gemeint habe. Also ich habe da nur so ein paar Anmerkungen. Man könnte die ganze Seite durchanalysieren. Also ich konzentriere mich auf ein paar Punkte. Vielleicht auch zu sagen, dass ich mich viel verrückt bin. Das ist dieses Jahr. Ich sehe, dass ich mich viel uninformiert habe. Der Text ist nur in die Natur oder in Deutschland für Rechtsstaat. Und da in der Natur ein Ausgaben hat, dass ich mich auch nicht mehr gesehen ist. Das kann man machen. Aber was man nicht machen kann, ist, dass man dann nur die Abstand ist, dass man dann in den Wortabstand überhaupt nicht mehr gesehen hat. So, danke. So, danke. Jetzt gucken Sie, ganz schlimm ist, das weiß eigentlich jeder, der damit was zu tun hat, ganz schlimm sind diese Fußnotensachen. Da kann ich gar nicht so viel sagen, wie man eigentlich sagen müsste. Da oben sehen Sie, ich habe da nur so Dinger da dran gemacht. Also hier können Sie eigentlich nicht viel dafür, weil es steht schon bei Schleiermacher so ein Komma nach einer römischen Ziffer. Das finde ich saublöd. Weil wenn ich sowieso vorne dran eine römische Ziffer habe, brauche ich nicht noch ein Komma, um es zu unterscheiden. Gut, aber das steht halt so in der Quelle, muss halt so ediert werden. Aber dann hätte ich hier schon noch was spendiert. So, und hier sehen Sie, so wie wenn hier am Ende nichts mehr übrig geblieben ist, haben Sie alles hier vorne reingesetzt. Also Sie wissen, er geht so sechstelgeviert, achtelgeviert und so weiter. Das ist alles Berufsethos. Weil dafür, das hat ja kein Mensch mehr angeguckt, das hat der Setzer dann so gemacht. Aber der Setzer hätte es eigentlich besser machen können. Jetzt kommen die größten Schwachsinnigkeiten, die sind hier. Das heißt, es gab hier eine Entscheidung, Blocksatz in Fußnoten. Und das heißt, dass die Zusammenhänge zwischen dem Lemma und der Zeilenzählung nicht mehr existieren. Das heißt, Sie haben hier das Lemma und die Zeilenzählung dann da unten. Das hätte man alles machen können, viel besser machen können, wenn man hier einfach einen Flattersatz eingestellt hätte. Hätte man hier einen Umbruch gemacht und dann wäre die Sache zusammen gewesen, die zusammengehört. Hier unten ist es noch viel krasser. Das ist eine falsche griechische Kursive. Sieht jeder von Ihnen. Ist so. Sie gehörte eigentlich gar nicht hin. Das ist auch so dieser Schwachsinnige. Das ist im 20. Jahrhundert, seit ich glaube 1910, haben die gesagt, editorische Bemerkungen müssen kursiv sein. Also wir haben das nie, wir haben uns ja nie dran gehalten in unseren Ausgaben. Aber das war sozusagen die Kommunis Opinion. Und dann kommen eben solche Sachen zustande. Es gab damals diese Kursive nicht für die griechische Schrift. Man weiß auch gar nicht, wofür die notwendig gewesen ist. Die griechische Schrift ist sowieso immer schon kursiv. Und dann macht man sowas. Und dann geht es gerade weiter. Hier sehen Sie zwei bis vier. Das ist wieder vergleichet. Das heißt, die gesamte hier unten 10, ich müsste jetzt noch weiter runter scrollen, dann kommen noch schlimmere Grausigkeiten. Also hier sehen, man versteht auch gar nicht, warum hier über kein Medievalziffern verwendet werden, aber es ist jetzt auch egal. Hier sehen Sie überall so Zeugs. 13F-Vergleiche. Und das heißt, es gibt hier überhaupt keine Absatzkontrolle. Und was heißt das jetzt letztlich? Ich rede jetzt aus einer Autorenperspektive. Die Leute, die das erarbeitet haben, haben für diesen Band, ich glaube, sieben Jahre gebraucht. Und dann kommt so eine verpfuschte, typografische Darstellung von Varianten, wo man sieht, der Setz hat absolut keine Ahnung, was man damit macht. Und zweitens ist es scheißunwichtig und keiner soll es lesen. So kann man es nicht machen. Das heißt, das ist jetzt hier eine Form von, würde ich sagen, mangelndem Berufsethos. Dass man eigentlich nicht überlegt, wie kann man sowas eigentlich, mir wird schon reichen, freundlicher gestalten. Das würde mir eigentlich schon reichen. Dass man erkennt, dass man das auch als Arbeitsmittel benutzen kann. Sie glauben nicht, wie schwierig das ist, Studenten, ich sage Studenten, nicht Studierende, ich mag diese Sprachpolizei nicht. Was glauben Sie, wie schwierig das ist, Studenten für solche Art von Ausgaben überhaupt zu interessieren? Ja, weil das ist kompliziert, einen wissenschaftlichen Apparat zu lesen. Ja, und Sie müssen das irgendwie können. Und dann muss der Typograf helfen. Er muss Hilfestellung leisten und nicht die Sachen so hinterlassen wie hier. Es gibt den anderen Automechaniker. Also der eine macht die Vaseline an die fünf Zapfen, damit auch im nächsten Jahr das wieder gut abgeschraubt werden kann. Das ist der Grund. Der andere sagt, oh, ich könnte jetzt einfach noch mit dem Bohrer ein sechstes Loch da reinbohren. Ich kann das. Super. Ja, also, warte. Und dann würde ich sagen, nee, besser nicht. Ja, das finde ich jetzt auch nicht gut. Jetzt sage ich was ganz Schlimmes. So, kennen Sie? Haben jemand schon in der Hand gehabt? Das ist die von der Arno-Schmidt-Stiftung von Herrn Forsmann gestaltete Benjamin-Wergausgabe. So, das ist noch ganz okay, würde ich sagen, obwohl ich, also so richtig verstehe ich es nicht. Also die Sequenz der Schriftgrößen und so weiter, mir kommt das sehr komisch vor. Auch das hier steht irgendwie aber das sind Geschmacksfragen, aber nicht mehr Geschmacksfragen sind Manieriertheiten. Wir gehen jetzt mal auf die, auf das Innencover. Also, Sie verstehen, ich habe jetzt gesagt dräschig, weil eigentlich ist es wurscht, ob Sie jetzt lesen können, dass da unten 30 steht. Ja, das ist eine Zeilenzählung. Eine Zeilenzählung ist ein super wichtiger Zusammenhang in einem editorischen, wissenschaftlichen Kontext, weil die Zeilenzählung, über die adressieren Sie Stellen. Ja, und jeder, der in einem editorischen Zusammenhang Zeilenzählung eingibt, weiß, das lässt sich nicht mechanisieren. Ja, Sie müssen im Prinzip jede Zeile, da kommen mal Leerzeilen in den Zwischenüberschriften, müssen Sie jede Seite die Zeilenzählung justieren. Ja, das kotzt mich auch immer an, wenn ich das machen muss, aber ich muss das machen. Was Sie jetzt hier sehen, ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6-zeiliges, und das ist nur die Seitenzahl, also das gehört eigentlich gar nicht dazu, zum edierten Text. Das ist nur ein lebender Kolumnetil. Sie haben also jetzt einen 5-zeiligen Text mit einer Zeilenzählung von 1 bis 30. Das haben Sie noch nicht gesehen, gell? Aber das gibt es. So, jetzt, das hat, da würde ich sagen, ist es, da denkt man, okay, es haben sich verdruckt. Ja? So, jetzt gehen wir auf die nächste Seite. Und, jetzt kommt, das ist nicht die nächste, sondern die übernächste Seite, weil was man feststellt, ist, dass die Faulheit hier so groß war, dass man die Zeilenzählung überhaupt nur auf der rechten Seite angebracht hat. Passen Sie auf. Jetzt gehen wir hier rüber. Ja? Sehen Sie das? Also, das ist jetzt richtig dräschig, weil hier kann man gar nichts mehr erkennen. Es ist 5, das haben wir heute Morgen auch solche Art von Texten gesehen, wo man nur, gar nicht wusste, was da steht, aber man wusste schon, also das ist die Zeilenzählung. 5, 10, 15, 20, 25. Ja? So, und jetzt wissen Sie doch ganz genau, wenn Sie das jetzt zitieren wollen, ja? Dann wissen Sie nicht, soll ich jetzt die linke Seite, die rechte Seite, was soll ich jetzt hier eigentlich zitieren? Das heißt, es ist eine komplett dysfunktionale Marotte, ja? Die hier eingebaut wird, ich weiß nicht, um sich unsterblich zu machen. Es gibt im ganzen abendläschen Kontext keine einzige solche Zeilenzählung. Wirklich? Gibt es nicht. Und dann denkt man, gut, okay, ist vielleicht nur die Benjamin-Ausgabe, ist ein Feature. Ja? So wie Herr Karsen, also so, haben wir, vielleicht ist so eine Karsen, es ist so eine Punk-Allüre dabei, gell? Ja? So. Und jetzt gucken wir was anderes. Etwas früher ist rausgekommen. Können Sie das erkennen? Also ich mache es hier auch noch mal ein bisschen größer. Ups, das ist das hier. Das ist bei Waldstein rausgekommen, also nicht bei Surkamp. Es ist eine textgenetische Edition und jetzt zeige ich Ihnen, was hier das große Problem ist. Da ist es ganz ähnlich, dass das Prinzip so ist wie bei uns. Und hier sehen Sie ganz genau dieselbe Sache. Es wird hier versucht, das kann ich bestätigen, den Zeilenfall des Originals wiederzugeben. Für mich ist schon problematisch, dass die Sachen hier zwischendrin kleiner gedruckt sind. Aber dann ist es halt so, dass wenn Sie hier zählen, dann ist es nicht die Zeile 5, sondern es ist die Zeile 6. Das heißt, Sie haben jetzt hier eine wissenschaftliche Ausgabe, die in einem zentralen Moment der Darstellung komplett den Leser im Stich lässt. Wie wollen Sie jetzt das zitieren? Wenn Sie einfach nur über diese, wenn Sie sagen, okay, der hat dann noch mal gering oben drüber geschrieben. Welche Zeile ist das? Das heißt, Sie kriegen noch nicht mal das raus. Auf der linken Seite ist es anders als auf der rechten und dann innerhalb der rechten stimmt es auch nicht. Also das, finde ich, kann man so nicht machen. Das sind die beiden Extreme, in denen ich das im Moment sehe, das typografische Ethos. Man hat auf der einen Seite Manierismen und man hat auf der anderen Seite sozusagen Sachen, die man machen sollte, obwohl man dafür nicht bezahlt wird. Das sind die beiden Extrempunkte, die mich stören im Umgang eigentlich mit Text. Und Sie müssen immer daran denken, wenn Sie einen Roman schreiben oder wenn Sie einen Gebrauchstext schreiben, dann schreiben Sie für ein Publikum vier Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, dann wird es umkopiert, dann wird es anders gesetzt und so weiter. Wenn wir so eine Kafka-Edition machen, dann macht es nach uns keiner mehr. Das ist dann definitiv das, dann kann jemand nochmal an der Stelle eine Interpunktion anders entziffern, als wir das tun. Aber das bleibt dann. Und das heißt, wenn ich das nach außen gebe, möchte ich, dass es stimmt. Das sage ich jetzt als Autor, das sage ich nicht als Typograf. Ich bin Typograf nicht geworden, weil ich das wollte, das hat mich super interessiert, sondern ich bin Typograf geworden, weil ich es musste. Und es ging einfach nicht anders, weil die Leute die Art von Transkription nicht herstellen konnten, die wir brauchten. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie sich das angucken, das betrifft die ganzen neueren Editionen, die in Buchform ab den 70er Jahren als facsimile Edition aufgelegt worden sind, die Editoren mussten gleichzeitig die Produktion für den Satz machen. Anders wäre das nicht gegangen, weil schon die Setzer die Schrift nicht mehr lesen konnten. Da geht es ja schon los. Und wenn sie die Schrift nicht lesen können, können sie die Positionen nicht adressieren. Und so weiter. Also das bereitet mir Probleme, wie das jetzt auseinander driftet. Und das nächste Problem, und dann bin ich schon wieder bei Dick Reuter, so wie ich mit dem Schleiermacher angefangen habe, ist, dass diese ganze Vorstellung, die jetzt, und ich bitte Sie, das wirklich anzunehmen, das ist eine Interaktion des politischen Bereiches mit dem Publikationswesen. Brill kauft Fink, Dick Reuter versucht, im geisteswissenschaftlichen Bereich eine ähnliche Position einzunehmen, wie Elsevier im naturwissenschaftlichen Bereich. Und dann heißt es, dass sie auf Staatsknete angewiesen sind. Und dann heißt es, dass sie auf Open Access Publikationen angewiesen sind, weil sie die Mittel brauchen, um die Sachen sozusagen zu publizieren. Und dann heißt es, dass sie sozusagen von den Förderinstitutionen vorgegeben bekommen, wie sie das eigentlich am effektivsten zu vermarkten haben. Das ist völlig, das ist völlig irgendwie die Sache vom Fuß auf den Kopf gestellt. Weil es muss komplett anders rumlaufen. Der Wissenschaftler erschließt was und der berät sich dann mit Typografen oder mit irgendeinem Webdesign. Es ist mir völlig egal, aber er entscheidet, wie die Sachen publiziert werden. Das ist sogar im Urheberrecht geregelt. Das ist einer der Gründe, weshalb ich politisch auch tätig geworden bin. Nicht, weil ich an sich was gegen digitale Publikationen habe, sondern weil ich was dagegen habe, dass der Staat in die Autorisation eingreift. Und dann gibt es Verlage wie Dick Reuter, die verdienen jetzt ein Batzen Geld mit den Open Access Publikationen. Und wie machen die das? Die sagen, okay, wir machen jetzt am besten ein einziges Layout für die gesamte Produktpalette. Und wer kommt und macht es? Erik Spiekermann. Und was heißt es, wenn Erik Spiekermann es macht? Ich bin sein Freund, aber das finde ich schon auch ein bisschen an der Grenze. Also er nimmt dann einen Klon seiner Metaserif, die nennt er nun, was nun bei Geisteswissenschaften die Publikationen wirklich saudämlich ist, F-Meta-Science. Ja, also wir sind schon, da gibt es schon einen Unterschied. Und dann wird dieses ganze Zeug, und ich habe jetzt gerade von einem Kollegen gestern, deswegen kann ich es Ihnen auch zeigen, weil ich habe erst gedacht, ich erspare es Ihnen. Ich habe Ihnen gerade von meinem Freund Wolfram Krodeck zugeschickt bekommen, einen Aufsatz in einem Adorno-Sammelband, 50 Jahre ästhetische Theorie, 2020 erst, aber gut. Und dann sehen Sie, wie das aussieht. Es gibt hier völlig irre Sachen, die sich eigentlich nur erklären, weil man das eigentlich von Anfang an auf den Screen hin denkt. Diese völlig überproportional fette Überschrift da, mit diesem, also ich weiß nicht, warum man das so macht, außer, dass man denkt, man schreibt für ein extrem kleines Ausgabemedium. Da wollen die Leute sofort die Überschriften sehen und so weiter und so weiter. Das ist völlig buchuntypisch, das so zu machen. Dann kommt, das kann ich Ihnen hier nicht machen, weil der Wolfram ist jetzt in dem Alter, wo man wissenschaftliche Texte ohne Fußnoten schreibt. Irgendwann macht man das. Dann schreibt man einfach, was einem so durch den Kopf geht. Das ist ja mehr ein Erlebnisbericht, was er da geschrieben hat. Und dann steht da wieder dieses riesen, fette Literaturverzeichnis und dann in jeder Dekreuter Publikation in der Post-Spiegermannschen Ära haben Sie dann, das kann ich Ihnen hier nicht zeigen, weil es keine Fußnoten gibt, aber es gibt jetzt immerhin eine. Die finde ich auch schräg. Das ist doch ein Zeichen von typografischer Ohnmacht. Ein super fetter Abstrich, damit der hinterletzte Depp auf seinem Smartphone noch erkennen kann, okay, hier beginnt offensichtlich die Fußnotenzone. Das kann man machen, aber es ist eben gleichzeitig der Buchdruck. Das heißt, hier schwappt diese ganze Vorstellung von adaptiven und Sie wissen schon, das was immer verwechselt wird. Genau, responsives Design. Hier schwappt es sozusagen über in die Buchproduktion und nimmt die Buchproduktion in Verhaft. Das finde ich unethisch. Man sollte für die verschiedenen Ausgabegeräte, wenn sie denn Ausgabegeräte sui generis sind, auch verschiedene Designs entwickeln. Die Ökonomie, das ist das, wogegen Sie auch widerstehen müssen als Designer. Ich kann leicht reden. Erstens kann ich meine Bücher alle selber machen. Zweitens lasse ich mich davon nicht beeindrucken, was mein Auftraggeber sagt. Ich habe zwar schon mehrere Vorladungen ins Rektorat gehabt, aber das juckt mich nicht. Das kommt halt vor. Aber Sie müssen schon darauf achten, Sie haben die Expertise und Sie müssen sagen, wir wollen jedes Ausgabeformat nach seiner spezifischen Würde auch gewichtet sehen in der Publikation. Das ist ein Appell, mit dem ich jetzt auch ende. herzlichen Dank, lieber Roland Reus. Ich finde es super, dass wir sozusagen hier in gewisser Weise diese gesamte Konferenz, aber noch nicht ganz, aber fast schon enden mit nochmal einem Aufruf, dass die Themenfelder, mit denen wir uns beschäftigen, in ihrer jeweiligen Tiefe Wirkung zeigen sollen. Das ist eine kleine Übersetzung in ein anderes Format. und frage mich, ob es Fragen gibt. Ich glaube, es ist tot, ja. Verrät einfach mal, sag mal. Ist tot? Ja. Das ist aber schade. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Danke. Sie haben auf der ganz frühen Seite auf die mangelnde Wiedergabe der Fußnoten hingewiesen und von einem Typografen gesprochen, der das nicht ordentlich gemacht hat. Das ist eine Sache, die früher ein Setzer gemacht hat und der war gut ausgebildet und dem sind solche Sachen nicht passiert. Und wenn sie ihm doch passiert sind, dann gab es im Verlag einen Lektor oder einen Korrektor, der dann auf diese Dinge hingewiesen hat. Ich glaube, wir sollten einfach uns bewusst werden, was das Verschwinden der Setzer in der Buch- und Verlagsproduktion bewirkt hat. Und wenn es uns nicht gelingt, das Aussterben des Handsetzers oder auch des Maschinensetzers zu stoppen oder zu verhindern oder rückgängig zu machen, dann werden wir solche Sachen immer wieder zur Kenntnis nehmen müssen. Also das ist eigentlich ein Appell, sich dessen bewusst zu werden und nach Möglichkeiten zu suchen, dieses zu verhindern. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Vielleicht darf ich aber noch eines sagen. Wir haben jetzt hier eine geballte typografische, auch das Wort finde ich Bäh, Kompetenz. Also Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Wahrscheinlich bin ich die einzige Person hier im Raum, die, wenn sie eine wissenschaftliche Zeitschrift setzt und ich mache zwei, dass ich genau wie bei unseren Monografien die Fußnoten zweispaltig setze. Das war früher Usus, ist absolut klar ableitbar aus der Zeilenlänge, das ist kein typografisches Geheimnis und trotzdem gibt es keine Sätze, die sich dafür einsetzen im Digitalsatz. Die machen noch nicht mal die Fußnoten rechts und links mit einem Einzug, was denselben Effekt hat, das ist dann zwar nicht so schön, sieht nicht so schreienmäßig aus, zwei Füße und ein Text oben drauf, aber noch nicht mal das wird gemacht. Das heißt, es geht hier nicht so sehr darum, dass die Kenntnisse verloren gegangen sind, sondern dass die Leute nicht für die Kenntnisse sich einsetzen. Die Kenntnisse sind da, aber wichtig. Ich weiß, wie superschwierig das ist, wenn Ihnen, so wie beim Bundesbahnlogo, Herr Medorn sagt, wo es langgehen soll. Das ist mir völlig klar, aber wenn kein Widerstand kommt, dann denken die Leute, es ist normal. Es gibt eine zweite Frage, Frank. Jetzt haben Sie genau das gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich, dass es wirklich daran liegt, nicht dass digital an sich das Potenzial nicht hergibt, das richtig zu machen, sondern es liegt daran, dass die Leute das nicht mehr wissen. Und ich setze mich stark dafür ein, dass dieses Wissen nicht verloren geht. Alles, was Sie Designer, die sich nicht mit Entwicklern unterhalten haben. Und schlechte Voreinstellungen in den Programmen, die gemacht wurden von Leuten, die keine Ahnung von Typografie haben. Word, das beste Beispiel. Einfaches Abführungszeichen. Also ich glaube, wir sind uns eigentlich einig, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, das muss nochmal gesagt werden, dass digital eigentlich nicht bedeutet schlechte Typografie und das ist genau keine Ausrede, das ist auch absolut wichtig. Wir können es besser machen, aber dann müssen wir halt auch darauf achten, das Papier zu sehr zu idealisieren und das Digitale nicht zu sehr zu verteufeln. Also ich würde schon sagen, für mich ist es zum Beispiel ganz klar, wir haben ja auch eine Webseite, ich habe auch Texte online gestellt und ich mache auch von Zeit zu Zeit mit Studenten Webdesign. Das Problem dabei ist die Instabilität. Das heißt, wir haben es hier mit Sachen zu tun, bei denen Standgenauigkeit ein Kriterium ist. Das haben Sie mit Ihren Fließtexten überhaupt nicht. Bei Ihnen geht es ja schon los, dass Sie keine Silbentrennung haben. Ist okay. Aber das ist gerade so ein Problem. Ich würde da gerne eingreifen. Und zwar glaube ich tatsächlich, dass es uns nicht so wahnsinnig weiter bringt, gibt es jeweils Herausforderungen, die mit diesem jeweiligen Medium zu tun haben. Die sind zum Teil identisch, genau das war das, was Sie gerade erzählt haben, sind zum Teil aber auch unterschiedlich. Und genau darüber haben wir diese anderthalb Tage im Ergebnis auch unglaublich viel gehört. Und ich würde es an der Stelle gerne bewenden lassen. bitte um Verständnis. Einfach auch ein bisschen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Ganz herzlichen Dank an Roland Reus.